Es fließt auf die Welt ein Geflüster, Armei, gehörst du es nicht? Was sind die Stimmen der Kriegsminister? Armei, gehörst du es nicht? Es flüsten die Kohle und Schneidungsende, es flüsten die chemischen Knie, sind die, es flüsten von all ihren Kontinenten. Trieb, trieb, bräuchte Kontraffin. Armei, gehörst du es nicht? Armei, gehörst du es nicht? Deutsch und Begier, aus der Welt. Gebreist die Patronen, die Medien, Karinzen, die alle Länder, du warst. Armei, gehörst du es nicht? Mann, nach der Arbeit, auch viele Herren, auf jeden Fall. Die Kirche steigt aus den Türen, der alten Gesellschaft, die sozialistische Volksrepublik. Sie kommen schon wieder und ab ins Welt, der Freiheit, Nation und Klasse. So retten sie euch für die Geldsacht der Welt, gegen die Arbeit der Klasse. Der Überfall auf die Sorge, der tut uns, steht im Marschland zur Rettung, der Weg an zu. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich, Kollege. Armei, gehörst du es nicht? Und schlagst du es nicht? Deutsch und Begier, aus der Welt. Gebreist die Patronen, die Medien, Karinzen, die alle Länder, du warst. Ganz traur und roten, anderen der Armei, auch die vielen Akten, auf jeden Fall. Der Streit aus den Türen, der alten Gesellschaft, Die Sozialistische Volksrepubie Dann steigen aus den Gründen Der Allentgesellschaft Die Sozialistische Volksrepubie